ja wurde der mann gerettet es gibt natürlich trotzdem tote ist das denn ein regenschirm hieschen mach dich nützlich kannst du eigentlich laufen okay ich muss noch ich muss ihn noch irgendwie auf okay gute wenn der verdammte schirm nicht will dann muss ich eben muss halt erstmal der schirm nass werden muss ich nur zu helfen wissen okay so ein abstand so war das jetzt nicht gedacht komme ich werde ich einfach rüber so verstand so m so 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 ich muss mich gerade konzentrieren ich glaube ich habe ihn falschrum benutzt moment ich mache das einfach mal andersrum so 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 Komm schon. Nicht vorne überkippen. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Geil. Ach, Grabstein auch noch bedecken, oder was? Soll ich eine Art Katapult bauen? Aber wie gesagt, sobald es außerhalb der Blase ist... Oh. Oh. Hm. Wir können auch ganz viele lustige Sachen machen. Zum Beispiel... Zum Beispiel sowas. Swing. Geil, oder? Na, da spielt es viel zu realistisch. Auf eine 2D-Art. Mäh, also... Hm. Vielleicht wäre sie ein Kanicke... Das Kanicke und nicht den... Nicht den Schirm. Schon mal daran gedacht? Sieht ja auch süß aus. He. He. Ich glaube, das Kaninchen hat Angst. Das Kaninchen. Aber was interessant war, der Schirm hat sich aufgespannt. Wir brauchen jetzt einen Katapult für das Kaninchen. Welches nicht darauf hält. Das ist doch doof. Ich habe noch eine Idee. Wir versuchen, das Kaninchen rüberzubringen. Dafür müssen wir den Regenschirm richtig spannen. Moment. Ich habe Skype nicht ausgemacht. Ich komme zu dir geflogen. Moment. Noch nicht ganz. So. Aha. Das ist also bescheuert. Es klappt nicht. Sie will auch nicht das Kaninchen. Ich habe sogar beides rübergeschmissen. Ich habe nicht, wie ich... Ich kann mich nicht mehr verschwinden. Okay. всю Drehung sind mir einfach ich würde nicht mehr so Law Enkel lassen. Vielleicht soll das Kaninchen ihr in den Schirm bringen. So. Bleib da stehen, Kaninchen. Ruhig, ruhig. Ruhig. Nein. Warum bewegt sich das Kaninchen jetzt? Ja. Es schien fast so, als würde sich das Kaninchen zum Schirm hin bewegen wollen. Echt jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist fies, dass diese Sachen, diese Teile... Ja... Neu, dass sie neue Gesetze kriegen. Die sind so eigenwillig, die Sachen. Boah, wie ist das denn? Wie cool. Wir sollen jetzt den Strauch aus der Erde ziehen. Was ist das denn jetzt hier? Oh, jetzt müssen wir hier Licht für Licht sorgen, glaube ich. Was sind denn das denn jetzt für Dinger? Wie funktionieren die? Ich habe was Neues. Die sind fest. Was kann man damit noch machen? Kann man die miteinander verknipsen? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, das nicht. Ich habe es nicht. Sehr hübsch. Ich glaube, wir haben das Rätsel zu lösen. Juhu! Na, hat sie endlich Trost gefunden, unsere Gute. Es wird Zeit, was Neues aufzubauen, so wie es hier aussieht. Ich habe nicht viel hier. Ich habe nicht viel hier. Was ist das denn? Oh. Ah. Was ist denn damit? Ein Messer. Meins. Nee. Nimm. Ich glaube es ist schwer. Moment. Moment. Hm. Hm. Oh. Boah. Wie machen wir das denn? Nee. Hm. Sieht stabil aus. Bitte nicht selber erstechen. Da oben haben wir am meisten Platz. Hoch. War es irgendwie zu anstrengend? Okay. Gib mir das Messer. Okay. Was macht die da? Da ist die Frage. Hm. Ähm. Na toll. Jetzt kriegt er es nicht locker. Vielleicht muss ich es da rein bekommen. Bitte nicht stechen. Oh. Cool. Richtig. Yeah. Ach ist das schön. So richtig zum entspannen. Oh. Ein Frosch. Und was ist denn da los? Äh. Ist das denn die? Hm. Wie sieht die denn aus? So komische Beine. Oh. Was ist das denn? Das sieht verdammt komplex aus. Hä? Nee. Okay. Sind das 100 Glocken? Und jetzt? Der hält ein Licht. Sucht er sie? Was macht das überhaupt? Hm? Das gibt es auch noch in verschiedenen Positionen. Ich hab keine Ahnung was er soll. Komm rüber. Boah. Was macht ihr denn da hinten? Und was ist mit dem Fröschen? Wuhuuu. Yay. Verdammt. Wo ist das denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Oh Gott. Oh Gott. Wo ist das denn irgendwie? Ja. Wovon ist das abhängig? Boah. Sie wird offenbar gesucht. Warte mal. Bleib hier. Kann ich die hier irgendwie benutzen? Boah. 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 Komm mit deinem Arsch da durch. Na los. Boah. 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 Interessant. Oh. Was? Hä? das sieht nicht gut aus oh mein Gott wer macht denn sowas ich kille den ich kille, kille, kille kille, kille, kille ich geht ihm in die Spiere oh mein Gott das ist voll schlimm was soll ich machen was war es mit der Feder hm nach oben habe ich am meisten Platz er ist voll weit oh war wohl zu weit außen hey reicht nicht verdammt wir sollen nicht springen wie kann ich sie aufhalten oder wie kann ich den da aufhalten hmm man oh Vielen Dank.